Fast jeder weiß, dass Kolumbus nicht der erste Europäer in Amerika war. Schon 500 Jahre zuvor erreichte ein Wikinger die Küste Amerikas. Jedoch war er auch ein skrupelloser Mörder und durchaus inkompetent. Er nahm den Einwohnern alles weg, was er wollte und tötete jeden, der sich Ian dabei in den Weg stellte. Die Entdeckung Amerikas war pures Glück. Schon zu Lebzeiten von Kolumbus zweifelten Experten an seinen Berechnungen zur Entfernung von Asien. Sie wären viel zu kurz. Auch seine neue Entdeckung entpupte sich als Fehlschlag. Anstatt Gewürze, Gold und Edelsteine kam er mit leeren Händen zurück. Er war auch als Gouverneur von der neuen Kolonie ein Versager. Als seine Leute gegen ihn revoltierten, wurde er in Ketten gelegt und auf Befehl des Königs nach Spanien verschifft. Dort blieb er und wurde vergessen. Der Kontinent wurde nach jemand anderen benannt. Worum soll das nächste Video gehen, schreibt es in die Kommentare. untertitelung